Sehr geehrte Damen und Herren, seit anderthalb Jahren macht man so viele Töne zusammen zu geben. Das sind wir. Und wir hatten in diesen anderthalb Jahren richtig viel Spaß. Wir haben vor fünf Leuten gespielt, wir haben vor 500 Leuten gespielt, aber konnten immer geil feiern. Und wir haben in diesen anderthalb Jahren auch eine Menge Unterstützung von Leuten bekommen, die uns große Gefallen getan haben. Den möchten wir heute einfach einmal danken. Für tastkräftige Unterstützung beim Bowlers Club bedanken wir uns besonders bei David, Alper, Rayone, Fabian, Hanna, Arne, Simon, Henriette, Jasmin. Weiterhin bedanken wir uns auch sehr bei Davis, Jens, Rossoe, Gerrit und Dominik. Ja, und viele Grüße noch, unter anderem waren die Leute, mit denen wir Spaß hatten. Thomas, Wolframs, Oskoni, Donald, Pete Perel und allen, die wir noch vergessen haben in dem Zusammenhang. Wir freuen uns, wie alle uns nächste Jahr. Hallo, Christian. Hallo,ỹ van Wels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017